Warum bist du da? Ich bin einfach deshalb da, weil ich der Meinung bin, dass die Rechte der Patienten immer kürzer kommen, aufgrund der Tatsachen, dass wir immer mehr Schreibtischarbeiten haben, immer mehr Bürokratie zu bewältigen und eigentlich die Pflege in den Hintergrund treten. Und das ist eigentlich mein Hauptproblem, warum ich hier stehe. Ich würde sagen, natürlich im Namen meiner Kollegen für unsere Patientinnen und Patienten. Danke für meine Zeit. Gerne. Danke, ciao. Danke.